Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Linux Tutorial Dieses mal geht mein Dank an ein Mensch, der mir dieses Programm hier empfohlen hat und das ist wirklich ein mega geiles Programm Erleichtert euch das Leben ungemein und zwar folgendes Wenn ihr zum Beispiel mal NC-L ausführt, das ist jetzt irgendein Beispielprogramm das geht aber nachher mit jedem Programm Sagen wir, wir haben hier irgendwas getippt und wollen jetzt navigieren durch unseren Text durch zum Beispiel einfach dieses B hier löschen dann könnten wir, wenn es funktionieren würde, nach links gehen oder nach rechts gehen und dort dann irgendwas löschen aber so funktioniert es natürlich nicht so kriegen wir hier immer dieses dämliche Klammer, Klammer und dann Groß C oder Groß D oder sowas das ist natürlich absolut nicht das, was wir wollen und genau für solche Zwecke gibt es ReadLineWrap, RLWrap geschrieben erstmal müsst ihr das Ganze installieren sudo app get install install und dann RLWrap und wenn ihr das Ganze jetzt schon fertig habt ich habe es natürlich schon drauf, weil ich das Programm mega feiere dann einfach RLWrap eingeben und hinten dran das Programm genauso eingeben, wie ihr es sonst als gemacht hättet also einfach NC-L1234 ist natürlich hier nur ein Beispielprogramm also dieses NC-L1234 das kann mit jedem Programm sein das einfach dieses Problem hat, das man nicht links und rechts benutzen kann wenn ich das jetzt nämlich ausführe und irgendwas wieder eingebe dann kann ich nämlich super hier navigieren und einfach hier zum Beispiel entfernen drücken oder löschen drücken und hier irgendwas eintippen funktioniert alles ich kann auch wieder ans Ende springen Position 1 alles funktioniert alles genau so wie es sein sollte und ja deswegen würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen ReadLineWrap macht das Leben wirklich leichter okay das hat sich jetzt wie eine Werbung angehört aber es ist echt geil gut dann war es das von meiner Seite auch schon wieder danke nochmal ein Mensch und wir hören uns beim nächsten Mal bis dann ciao